Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Oh mein. Dieser Snipertyp ist schon wieder. Er rastet aus. Ja, das ist ein deutscher Heue. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Er snipe mich weg, Alter. Er heult so. Es snipe mich weg, Alter. Du musst den Typen snipen. Dieser Sizili oder wie der heißt. Snipe ihn weg, unbedingt. Slay. Snipe ihn weg. Keine Chance. Keine Chance. Ja, keine Chance. Keine Chance. Einmal besser. Drohne hat keinen Platz noch mehr. Einmal mal einsehen. Keine Chance. Keine Chance. Der Digger. Keine Chance. Ha. Hä? Oh. Drohne. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und der MW2-Hype ist da. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden MW2 auseinander nehmen. Das wird das Call of Duty sein, wo ich demolieren werde. Wo ich reingrinden werde. Wo ich versuchen werde, so viel wie möglich Content zu liefern. Natürlich jede Woche wieder drei Videos. Aber was Twitch-Technik angeht, werden wir richtig reinhusteln. Ähm ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich an einem Tag bis jetzt. Ich habe jetzt acht Stunden gespielt. Und was ich in acht Stunden Spielspaß. Ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was ich an acht Stunden Spielspaß mit der Sniper gemacht habe. Wie ich die Leute zerstört habe. Oder wie ich zerstört wurde. Was auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Und wenn du neu bist, gerne ein Abonnement. Das kostet nichts und du unterstützt mich. Danke und viel Spaß. Wir gehen rein. Digga, hier ist Snipe-Demand. Guck mal, wie schnell. Tschüss. Was ist das für eine Snipe? Oh mein Gott. Was habe ich hier aufgehoben? Was habe ich da? Digga, was für eine kleine Snipe habe ich da aufgehoben? Digga. Ey, mein erster Colette. Das war mein erster Try. Die Stellung wird lokalisiert. Bereit macht. Auf, die Grenade. Der Monat kommt im Stehen bereit. Wer für Blitzgrenade? Alpha wird gesichert. Lade es ab. Uh. Oh, wie sie die kommen sind. Oh. Ohne Bereitschaft. Aua, ich habe von zwei Leuten gechallenged. Ich gucke mir entgegen und helfe mich. Habe ich markiert? Ich habe nicht mal gechallenged. Ja, links. Na, da. Komm mal, oder? Go. Das einzige, was ich mir dazu gebetet habe, ja? Oh, Digga. Ich habe hier einen geilen Spot gefunden. Holy Scrap, Digga. Was für ein Spot, wo ich jetzt schütt. Der ist insane. Digga, dieser Headglitch-Hurensohn. Die Stellung ist echt eklig, da oben. Feindliche Aerosolbomben lehren sich. Der Flash kommt mit der Fo... ...dicka, was war das für ein Spawn, Digga? Holy Shit. Stellung, ob der Webster geisteskrank erhielt. Los, Digga, auf die Sturbel, Digga. Der Feuch hat einen Marschflugkörper gestartet. Go on. Go on. Ja, Benet, Benet. Wir nehmen alle frei. Ich habe mir viel gehoffend drauf, Benet, hier. Spielmovement und so ist genau für mich was. Schön trocken, nicht für Bewegung, nicht für Movement. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Oh, eine Bereitschaft. Börserschlag bereit. Der Feindgebiet an Bordel, lenk dich zurück. Noch einer. Weiß mehr. Feindliche Truppen bei der Stellung. Ohne Bereitschaft. Nein! Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Oh, p***, schluck dich, schluck dich, schluck dich. Ohne Einsatzbereitschaft. Ohne Einsatzbereitschaft. Ohne Einsatzbereitschaft. done. Musik. �� Bis zum nächsten Mal.